oh fucker hatte ich weiter wie man zurück schmeißt falls ihr da was wisst welche dachte das ist schreibt es in den kommentar rein das würde mir sehr viel helfen scheiße scheiße weg 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 aus böse tali böse böse tali man schießt nicht auf mich das weiß doch jeder die nehmen das fenster aber ganz schön unter beschuss nein muss da rein glaube ich bei anders kann ich dann erklären weil so so ein so reinzuschießen war kanate er gibt keinen sinn was ich sag immer was zum ende ich mich wundere was raketenwerfer gute idee ist das ein raketenwerfer ich kann ihn dann auch an mich nehmen hallo raketenwerfer schlachtfeld was soll der geiz soo schießen wir mal auf diese talis bis so schnell kann eine granate einem den spaß verderben wo hab ich meinen mic voll abgeleppt gerade CFU repeck Ich bin unterwegs aber ich brauche die genaue Position. Blasziere ein ER Signal und ziehe die Aufmerksamkeit auf dich. Over! Ach die Shotguns hatten die Talis. Moment. Ich muss mal kurz das Mikrofon weiter weg tun, ok. Ooooooohhhhhh! Oooooohhhhhh. Jetzt wird's lustig. Oder auch nicht. Die haben gecheckt dass ich einen MG hab. Ok lad schneller nach. nant IR ist versteckt sich hinter dem Fass. Ciao, ciao. Ich glaub den ist tot. Das erklärt sein Blut... Auf der Wand. Pingt. Ich schieße einfach mal Amok! So! oh fuck fuck, weg! In welcher Taste ist das? alles noch so teure glaube ich ich mache es jetzt so wer braucht den so fahrt ich verstehe gar nichts mehr platzieren sie das mit hilfe der luftunterstützung und wie mache ich so was ich gehe jetzt einfach mal zum missionsziel und schaue was passiert so ok nein weg oder mit dem fass verstecken es kommt dann bombe oder sowas egal ich habe es wieder leben helikopter wird alles weg moment was kosten ja ich habe ihr habt wahrscheinlich gehört aber ein das mikrofon ist der form und das heißt ihr werdet hätte ich reingehustet wird ziemlich laut für euch gewesen ich verstehe nicht die schießen in die luft was soll das da ist auch nichts außer neilich aber wir haben das gebiet so schwer jetzt eingenommen oder so sind es vielleicht noch ein paar verbleibende bringt die techniker rein damit wir den panzer wegkriegen verstanden sie sind auf dem weg gute arbeit ja das spiel ist mir langsam richtig bock ich weiß die kampagne ist nicht so groß wie in star wars aber trotzdem ich kann meine ziemlich geil gemacht wir haben nicht viel zeit den panzer auszubringen wir nehmen verteidigungspositionen um diesen zum vier ein hier und hier verschaffen wir den technikern etwas zeit um ihn flott zu machen sagt man es nix ok meint aber wirklich aufnahme hause ich habe jetzt mindestens eine show dreimal exakt als ich aufnahmepause mache und zock immer noch also jetzt mache ich wirklich also dann bis dann tschau ok wir sind jetzt im nächsten level oh es liegt wahrscheinlich weil jetzt so eine video sequenz kommt in deutschland juhu das war bloß nicht gegen deutsche kämpfen ja das wäre ein klassisches klischee dass die briten gegen die deutschen kämpfen ok lassen wir das jetzt noch zu ende laden am besten mal jetzt eine kleine pause bis gleich ok ok auf der flucht tag 2 westrussland wow was zum moment muss husten ok oh was ist passiert was ist passiert wo bin ich oh 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 ah ok das sind freunde hehehe alles klar ah ich habe nur eine normale waffe oder ne ich habe nur die Okay, folgen wir die Leute mal. Jo. Okay, sehen sie uns. Okay. Ja, genau das Gebüsch. Wie im Battlefield. Kann jemand russisch? Ich nicht. Okay, erledigen wir diese Bastarde, bevor sie den alten Mann töten. Okay. 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 Toll. Hup. Scheinwerfer runter. Oh. Oh. Ja. Okay. 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 Oh. 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 Hüi! Hüi! Grodard, helfe euch! Rein da! Okay, wir sind sicher. Na, alles klar. Fuck! Wow! Ups, sorry Nico, lie! Ah, da sind zwei Granaten angezeigt, aber die sind nicht bei mir. Die haben Angst vor einer Pistole, also komm! Kommt sofort wieder her! Jeweicheier. Wow, da kommt einer. Okay. Wow. Okay, hier ist ein Ausgang, Leute. Es ist zu ruhig. Wo zum Teufel sind die hin? Die haben sich verpisst, weil sie Angst vor meiner Pistole haben. Wachsamblech! Wachsamblech! Kaufe ihm mal was. Was gibt's denn? Kack... Ich kann kein Russisch. Okay, was ist die Währung von Russ... Russland Rubel, glaub ich. Scheiße, ich hab keine Rubel dabei. Ich hab nur... Pfund. Oh. Scheiße, Hunde. Ich mag keine Hunde. Oh, fuck. Vertippt. Oh, fuck. Hä? Okay. Frist das und das. Und? Das hier. Zur Sicherheit noch. Okay. Gut, sie sind... Na, der da vorne lebt noch. Oh, Granate weg! Scheiße. Wow. Ja, die Waffe mag ich. Scheiße. Scheiße! Ich mag keine Hunde. Wow! Du Arschloch! Geh weg! Geh weg! Jetzt bin ich aber wütend! Waaaah! Geh weg! Pass auf! Okay. Oh, scheiße! Flash! Geh weg! Bereich gesichert. Gehen wir mal weiter. Oh nein. Heli. Offensichtlich wissen sie nicht wo wir sind. Das sollte so bleiben. Geh weg! Alles klar. Weiter vorwärts. Bewegung. Okay. Oh ne. Ich will nicht nass... Ich will nicht nass werden. Ach. Muss ich wohl. Was soll's. Achtung! Vorne an der Brücke sind wach! Pfff. Tun wir mal ein bisschen schwimmen. Joah! Ah! Ich ertrinke! Ah! Ich ertrinke! Ah! Los jetzt! Aber unauffällig! Ja! Und auffällig! Ja! 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 Ja!